Aufnahme starten. Da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe. Sicherer Hafen. Ihr müsst 15 Überlebende retten. In erfolgreichen Missionen heißt, die Mission muss er halt erfolgreich sein. Ansonsten zählt das nicht, was ihr alles da gemacht habt. So, das habe ich schon vorher gemacht und jetzt muss ich mir halt evakuieren den Schutzbunker die Mission machen und die machen wir jetzt. Das ist eine Stufe 40 Mission und ich hoffe, dass heute ein bisschen mehr da ist. Sehr schön, die Lobby ist voll. Erinnert sich mein Level noch? Ja, sieht eigentlich ordentlich aus. So, wie ihr seht, wir haben ein wenig Abonnenten dazu bekommen. Uns fehlt halt jetzt noch ein Abonnent für die achte Zahl und dann sind wir schon bei der Hälfte. Was bedeutet, der Passive Code könnte so langsam in den Bereich kommen, wenn er geknackt wurde. Und nicht wundern, wenn ich mit irgendwem rede. Das ist, weil ich den Livestream an habe und im Livestream das Video aufnehme. Also einfach nicht wundern. So, und wie ihr seht, wie immer, Ladebildschirm ist Like-Zeit, Kommentiert-Zeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, würde mich freuen, wenn du ein Abo da lassen würdest. In dem Sinne, rein in die Tasten. Frosch im Hals ist auch da. So, wir hängen wieder im Ladebildschirm fest. Also ich bin froh, wenn ich mit Blankertons fertig bin. Ich kann es bald nicht mehr sehen. So, machen wir hier erstmal stumm. Gute Arbeit. Der Schutzbunker muss aufgeladen werden. Sobald der Schutzbunker repariert ist, können wir die überlebenden bergen. Den Schutzbunker komplett wieder aufzuladen wird 10 Minuten dauern. Ah, nett aufgepasst. Vor allem mit Nina müsste ich gar nicht mehr spielen, wie sie durch. Ich weiß nicht, aber ein Angriff aus allen Richtungen vor. Ich weiß noch nicht, woher dieser Sturm kommt. Nur zwei Fallen war okay. Ah, die Gegner werden langsam einen Tick stärker. Ich kann das nicht haben, wenn irgendwo wir was verteidigen müssen und da steht nur so viel Kram von außen rum. Kann ich nicht arbeiten. Das Problem ist nämlich einfach, wenn die dann von unten kommen und ich sage jetzt mal einfach, die kommen hier hoch. Du stehst hier, willst darüber schießen, immer gegen schnell einen Weg. Aus dem Grund räume ich immer alle so aus dem Wegverdappt um oben steht. So, Steine kann man eh gebrauchen. Ich werde hier erstmal wenigstens updaten. Ich weiß halt auch nicht, wie stark hier die Wellen jetzt sind. Weil eigentlich müssten wir ja schon noch bisschen Fallen da hinsetzen, nehme ich mal an. Sturmdaten wurden aktualisiert. Sieh auf deine Karte. Ich kann ja mal gucken, was wir so im Inventar haben. Einmal eine Wandfalle. Eine Deckenfalle. Was haben wir noch? Oh, Heilung können wir auch immer gebrauchen. Dann setze ich die aber mal hier oben hin. So, zwei Fall langsamer. Die Sprungflächen hier, die brauchen auch kein Mensch. Aber ich setze mal hier hin. Einfach, wenn ich sie weg habe aus dem Inventar. So, das war es schon mit Fallen. Mehr haben wir nicht mehr. Ne. Was generell die Materialien betrifft, da kann man glaube ich nie genug haben. So, ich glaube ich gehe trotzdem wieder hin. Baue meinen üblichen Kasten. Wisschen hier, also ein bisschen eingezeugen. Sache, ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen damit gemacht, weil du kriegst so gezeigt, wo die Gegner gerade an die Wände kommen. Was wiederum gut ist, dass du direkt siehst, ah da wird irgendetwas angegriffen, bevor es schon die Hauptwand ist. Ein Feld mache ich immer drum herum, weil irgendwie die anderen interessieren sich anscheinend noch nicht wirklich dafür wie es aussieht. Wir wollen ja erfolgreich sein, also müssen wir noch etwas machen was Baum betrifft. Wie ihr seht, die Spitzhark habe ich endlich mal ein bisschen aufgelevelt, dass ich mich jetzt wirklich noch 180 Schaden mache, nicht mehr wie früher die 140. Ist zwar ein kleiner Mist, aber leppert sich auf Dauer schon zusammen. Aber spart halt einfach Zeit beim Abbau. Wenn wir die Wassermonster anfangen, ist ja eigentlich wieder W-Bugs gekommen. Aber wie lange die stehen bleiben, weil es echt wahnsinnig ist. Ich weiß auch nicht, wenn man die Mission eigentlich ziemlich mittelmäßig aufbaut hat, was sich macht. Du musst doch dauernde Materialien fahren. Wenn du nur einigermaßen die Base ausbauen willst, du brauchst Materialien. Also bist du eigentlich das ganze Spiel nur am Farben. Als ich jetzt auf YouTube auch gesehen habe, muss aufpassen mit den Farben. nicht das mal gebannt wird oder so. Aber im Prinzip, dir bleibt ja nichts anderes übrig. Warum ist er tot? Dann sag ich mal willkommen zurück. Siehst du Doro, ich habe immer noch deine Waffe. Als Sache, die beste Waffe, die ich bis jetzt so finde, die ich habe, ist echt die Raddauer. Aber ich bin mir mega zufrieden, die für einen Schaden macht von der Magazingröße her. So, da unten können wir ein bisschen Netz fahren. Aber ich muss unbedingt dran denken, dass ich gleich die Linie wechseln. Okay, Mensch. Ich habe diese kleinen Mistviecher früher schon gehasst. Einfach nur lästig. Ich habe hier unten noch was. Ich kann so lange mehr noch Zeit haben, ruhig alles mitnehmen. Wenn ich später vielleicht nicht mehr brauche. Hä? Was meinst du, ich habe alle Zombies bis auf die normalen? Ich weiß, ob ich bis jetzt einen Gegner hatte oder was meinst du jetzt? So, dann hoffe ich mal, dass alle sich mal langsam aber sicher doch zum Schutzbunker bewegen. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, die Aufgabe zweimal zu machen. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, die Aufgabe zweimal zu machen. Was? Achso. Das stimmt natürlich allerdings auch wieder. Ja, teilweise nerven sie halt einfach. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr so'll. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich das hier auch zu machen könnte. dass die Borg gleich kaputt ist ich habe auch das gefühl dass ich nicht mehr so viel aushalte dann habe ich das gefühl dass wir die Mission nicht schaffen werden der Stürmer ist keiner hat mal irgendwelche fallen übrig ja ich merke es da unten ist schon wieder irgendeiner aber ich glaube jetzt sind wir langsam alle aktiv schlimm ist ein fehl ist echt ein roboter ich finde den hier auch nicht gut wie man 1500 schaden hat er da einfach mal eine steinwand hingstellt schön aus holz ja genau holz die sind auch nur hier irgendwie ja Ja, klar nicht. Hei, der Wind ist da. Glück sind es nur auf 15 Sekunden. Hoi, hoi, hoi. Das war ein bisschen grenzwertig. Ja, guck mal meine Schadenszahl an ey. Oh Gott, da muss man sich ja schämen für. Trotzdem GG an die Gruppe. So, haben wir die Aufgabe auch geschafft. Kann man gucken ob wir nochmal bekommen. Ich weiß nicht, da lädst du ein Thumbmail hoch und es juckt YouTube Null. Kannst du bitte das Bild hochladen? Das wäre sehr nett. Irgendwie sagt YouTube Nö, machen wir nicht. Keine Lust zu. So, ein Film mit der belebenden IP. 100 Gold ist immer gut. Ich sehe meine Familie nie wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Geht zurück zur Basis. Du hast es dir verdient. Du hast es dir verdient. Na, Kampfhafe. Warte. Ah, Frostblues. So, sicherer Hafen ist fertig. So, zum Öffnen haben wir nichts mehr. Ich muss sagen, die Lager sind ganz schön nachgelassen. Also es gibt eigentlich kaum noch irgendwas zu öffnen nach einer Mission. Ein bisschen schwach geworden. So, komm mal gucken. Kann man überleben. Irgendwas deichseln. Da nicht. Ja, die könnte man eigentlich. Zack. Schreiten aber auf 38 kommen. Irgendwie glaube ich nicht. Ich krieg's irgendwie heute nicht wirklich auf die Kette, ey. So, dann bedanke ich mich schonmal für Schuhschauen. Für Schuhschauen. Wie gesagt, ich würde mich halt über alles freuen. Sei es ein Like, ein Kommentar. Ein Abo wäre natürlich das OnePlus Ultra. Dann kriegen wir vielleicht die 80er-Oponenten noch voll. Wenn wir bis da eigentlich eventuell schon weiter sind. Und die PSF-Cut wird halt immer mehr aufgefüllt. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.